Hallo und herzlich willkommen zurück zu Aliens vs Predator. Letztens habe ich mich richtig abgefuckt, weil wir haben die Alienkönigin getötet, wir sind aus dem Zungel geflohen, wir haben Satelliten gehackt, wir haben einen Schalter umgelegt, damit wir auch in diese Station können und vor dort aus haben wir gegen einen Predator gekämpft. Der einfach wieder abgehauen ist und den wir nie gekriegt haben und ich hoffe mal, dass wir nicht gegen den irgendwann mal kämpfen müssen, weil das wird dann richtig, richtig mies und nicht so toll, finde ich. Natürlich haben wir auch ganz viele Aliens gehabt und ich war einfach nur beim Durchrushen, weil ich kam nicht zu Wort, das war einfach volle Kanne Action und das ist einfach ohne Pause. Gut, da stehen noch ein paar Tipps und ich weiß nicht, irgendwie die mittlere Maustaste geht bei mir nicht. Oder was, ich glaube ich muss ja auch die E-Taste drücken, wenn die, mich haben auch ganz viele Endes immer erwischt, diese kleinen, diese Headcrabs oder wie die heißen, haben mich immer aufgefressen. Finden Sie den abgestürzten Truppentransporter. Dann die Pistole, nehmt die und den Schroti, wo ist der Flammenwerfer. Wir bleiben aber bei dieser Waffe. Von da oben sind wir runtergekommen. Und das ist diese... Das ist diese Alienhöhle. Der einfach so krass ist. Alter, nicht schon wieder, oder? Ist der tot? Ich hoffe der ist tot. Sind so Art-Katakomben oder was das sein soll. E-Motion Alien. Krass. Wo ist der? Wo ist der? Hinter uns. Fuck, wir sind hier reingefallen. Ist mehr raus. Für jeden Fall müssen wir jetzt durch diese Höhlen. Artiger Dinger. Krass, ey. Einfach schnell vorbeilaufen. Geiler Wasserfall. Aber wir müssen weiter. Audio locken, nimm mal mit. Waren wir hier nicht schon mal? Aber wir müssen zum Rundkreis laufen. Ach, ich erinnere mich jetzt wieder. Die Tempelruine. Ne, ist die wahr. Vailands Team, äh, ich hab's jetzt nicht lesen können. Haben die überlebt oder nicht überlebt? Die haben nicht überlebt. Aber wir können das hier hacken. Dann hacken wir mal die ganze Sache. Und hin und zum wieder Aliens. Komm, schneller hack, hack. Mach schneller. Motor. Die Geschwindigkeit kam auf uns zu. Und wir haben ihn. Vorzeitig. Ab. Gewährt. Wart. Oh Gott. Ja. Fuck, wir sind runtergefallen. Komm, wir machen jetzt hier. Ende im Gelände. Ich will nicht mehr. komm schnell die kacke hier hacken zack Tür offen rein jetzt oh nein ich ahne Böses ach du scheiße und dann ist es ein bisschen am lecken warte mal ich mach mal das so anders doch so ja schrusseln hier geht das natürlich einfacher wieder auf die andere Waffe wechseln schau mich noch mal ein bisschen um ne komm wir gehen weiter weil ich will hier keine Zeit verlieren ach das werden auch die äh dinge angezeigt hier ach die werden uns da angezeigt also alles anorganische unorganische krass wird uns hier angezeigt gut dann haben wir auch erledigt weg mit dir du Arsch wir müssen aufpassen weil die androiden wir wissen ja vielleicht müssen sie nach draußen klettern ok dann klettern wir mal nach draußen so oh ne ist das jetzt ist das jetzt das Team was ich denke was es ist oh mein Team hat mich hier gefunden oh 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 so das ist wenn ich so ein Aamer Nachladen Coole Waffe auf jeden Fall Nice Waffe, nice Überhalte dich auf jeden Fall Komm jetzt Alter, das fackt mich doch ab, ey, man Was ist denn das für eine Scheiße, man Mann, ey Es gibt es nicht, ey, es gibt es echt nicht, ey Es gibt es nicht so viele Beispiele Jetzt zerpüsch dich doch, Mann, ey, dreckig, ey Gibt es ja nicht, ey Es ist wie so eine Bombe, dieser Scheiße Seht ihr das? Es ergiftet einen sofort Wie eine Bombe Wie eine Bombe ist das, schich, ey Ich hoffe, es ist jetzt Ende hier Dahin kommst du noch Ach, woher kommen die dann? Alter Wollen wir uns einen Anreger rein? Und uns hier unten das Teil wieder Boah Von der anderen Seite kommen jetzt auch nochmal welche Warum kann ich nicht mehr rennen, Mann? Ja, was soll die Scheiße? Ja, was soll die Scheiße? Ja So, ich kann eh nicht mehr schießen Jetzt müssen wir abhauen Jetzt müssen wir abhauen Also flüchten Durch die Ruinen Wir haben jetzt Predators Also ja, Predator haben wir nur eingesehen Es ist echt unglaublich Es ist schwer einfach Ich kann einfach nicht rennen und gar nichts Anreger reinhauen Anreger reinhauen Doch, springen können wir aber rennen nicht Mit der Waffe Es ist so eine Art MG Und jetzt müssen wir zum Schiff Und gucken, ob die noch leben Aber das ist bezweiflich Dass die überhaupt leben Scheiße Verdammt, das wusste ich doch, dass die Scheiße kommt Alter Mann, 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 Mann Jetzt haut doch mal ab, Mann Es ist echt unglaublich Jetzt habe ich Euu Ah, Fucke, alter Jetzt bin ich runter gefallen Kack Alien Mann, ich bin voll Aggro jetzt Jetzt lauf doch mal da hoch, du Vollpfosten, Alter Ist es so dumm, da hochzulaufen, oder was? Alter So ein Fubfuck hier Ey, jetzt fall ich schon wieder in ein Drecksloch rein hier Ja, was ist denn das für eine Verarsche? Boah, Mann ey Ey, jetzt Hold'em ab, du Drecks Fuck Scheiß, Alien Boah, du gehst das so auf den Piss, Alter Wo geht's denn hier nochmal hin? Boah, jetzt leckt es gerade ein bisschen Wir müssen hier oben entlang Und jetzt hier runter Und hier hinten entlang Jetzt können wir mich endlich abhauen, hier auf dem Kackeloch, ja Danke, Alter Alter Alter, es ist echt nicht normal, sowas Bis ständig am Und durchatmen und so Und ich bin einfach nur angepisst, weil ich Die ganze Zeit Oh mein Gott Nicht noch ein Predator Oh mein Gott Eine Trophäe hat er mitgenommen Scheiße, wo ist es hin, was zur Hölle war das? So, ich will da die alte Waffe Ich hoffe, wir sehen den nicht Kack, Alien, ey Es ist ja warten, bis der Tod Ist Gut, jetzt kann man mich ja Gewissenlos vorbeilaufen Und jetzt Hoffe ich mal, dass wir Okay, bud Es ist du und ich Versus die Bucks Hä? Wollen muss ich denn jetzt? I'm sorry, Private Da hoch muss ich Hinter Dann da hinten hin Ich rush jetzt einfach mal durch Ich hoffe, das ist für euch okay Es ist echt hektisch Hier war ich doch gerade eben schon Ist jetzt einfach übelst hektisch Genau Als Mensch kann man ja nicht Springen In so'n Kack Hey, wo ist der, Alien? Wo ist der? Oh, oh Oh, oh Boah Jetzt zau da mal ab, du Drecks, Alien, alter Habt ihr? Habt ihr? Ah, scheiß Ratze Da Ich hasse die Aliens, Mann Ist der Rotzerreiter immer Oh, oh, man Ey, du kannst einfach gar nichts machen Gegen die scheiß Aliens Ey, die Scheiß Fuck, alien hier Ich zieh jetzt einfach die Kacke gnadenlos durch hier Ich hab keine Lust mehr auf die Kacke hier Bringt ja eh nichts, wenn ich ganz seit Scheiß Ich hab keine Lust mehr auf die Kacke hier Geh! Alter! Oh man, ich hasse die scheiß Aliens. Suchen sie Tequila ey, es wäre ja zu einfach mit einem scheiß Schlammwerfer, geschissenen Aliens, nicht siehst du auch so scheiß und so schlecht. Ich bin extra ein bisschen räucher, weil, ey, mich regt es einfach auf, du kannst hier einfach gar nichts machen und dass du ständig von irgendwelchen Mist-Kack-Aliens angegriffen wirst. Boah, das nervt mich sowas von. Boah, das nervt dich einfach so tierisch. Die lock ich jetzt einfach alle hier rein. Guck mal, wie ist das dich wieder verpissen? Ganz, ganz. Scheiß. Kack Aliens, alter. Wie ich sie hasse. Ich geh mir so auf den Sack, diese Kack-Aliens. Aber richtig auf den Sack. Weil einfach ein Tod schießt, da kommen zehn neue nach oder so über... Ich lauf hier echt zurück statt, äh... Warte mal. Doch, ist schon richtig. Ich finde auch. Er kommt doch jetzt mal runter, ihr Kack-Aliens, verdammt. Wenn du rufst, komm es immer. Ach komm, lutsch meine Bölle, ey. Ganz ehrlich. Okay. So, jetzt versuche ich mal. Ich muss ja kurz mal, äh, abbrechen. Ich komm gleich wieder. damit du rufst mit Grön. Alles klar. Des Teusk Bett.